Am 20. April 2018 beginnt der BVT-Untersuchungsausschuss rund um politische Netzwerke und eine Skandal umwitterte Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Nach einer fast vierwöchigen Pause steht am Dienstag die 25. Sitzung am Programm. Dabei geht es um schwarze Netzwerke im BVT und auch um die ehemalige grünen Nationalratsabgeordnete Sigrid Maurer. Wie bei Rechtsanwalt Gabriel Lansky geht es auch bei ihr um den Vorwurf, dass Ermittlungsdaten nicht wie vorgeschrieben gelöscht wurden. Betroffen sollen davon Informationen aus ihrer Zeit als Vorsitzende der ÖH der österreichischen Hochschülerschaft sein. Eine Störaktion während einer Nationalratsdebatte hatte Maurer und Kollegen 2010 ins Visier des BVT gebracht und in weiterer Folge auf die Extremismusliste. Gelöscht wurde das aber offenbar nie, obwohl sich die damalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner dafür sogar entschuldigt. Georg G., damals Pressesprecher der ÖH, ist deshalb als Zeuge geladen. Ria Ursula P. und Sandra R. sind ebenfalls geladen. Die BVT- bzw. Ministeriumsmitarbeiterinnen werden zu politischen Netzwerken im Ressort befragt. Vor allem Ria Ursula P. wird vorgehalten, Nutznisserin schwarzer Seilschaften gewesen zu sein. Ria Ursula P. und Sandra Riefer